Kommt es am 10. November 2022 zu einer Rentenerhöhung für Millionen EM-Bestandsrentner? Bundessozialgericht entscheidet über verlängerte Zurechnungszeit. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Millionen Rentenempfänger einer EM-Rente, die vor 2019 begonnen hat, warten seit Langem auf diese Entscheidung. Das Bundessozialgericht will voraussichtlich am 10. November 2022 eine Entscheidung treffen, und zwar in drei anhängigen Revisionsverfahren. So hat es der 5. Senat des BSG, der für dieses Verfahren oder für diese Verfahren zuständige Rentensenat, bekannt gegeben. Im Grundsatz geht es darum, ob EM-Bestandsrentner, deren EM-Rente vor 2019 oder 2018 begonnen hat oder haben, Anspruch auf die längere Zurechnungszeit hat, die seit 2018 oder respektive 2019 gilt. Das Gericht wird dabei abwägen, ob der § 59 SGB VI in der jeweiligen Fassung zu Lasten der Kläger gegen Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetzverstoß gegen den Allgemeingleichheitsgrundsatz hier verstößt. EM-Rentner, deren EM-Rente nach dem 31.12.2018 begonnen hat, erhalten eine deutlich längere Zurechnungszeit zuerkannt und damit auch eine zum Teil deutlich höhere Rente als die EM-Rentner, deren Rente vor dem 01.01.2019 begonnen hat. Und wir reden hier zum Teil von bis zu 100 Euro oder im Einzelfall sogar mehr an Rentenleistungen. Ob das Bundessozialgericht tatsächlich zugunsten der Kläger entscheidet, ist offen. Der Gesetzgeber hat, und dies dürften die meisten der betroffenen Rentnerinnen und Rentner wissen, eine gesetzliche Regelung zum Ausgleich dieses rechnerischen Nachteils oder dieses Rentennachteils getroffen. Und zwar mit der pauschalen abschlagsfreien Zuschlagsregelung, die ab dem 01.07.2024 in Kraft tritt und bei der es im Einzelfall bis zu 7,5% mehr an Rente geben soll. Lassen wir uns überraschen, wie das BSG am 10.11.2022 entscheiden wird. Ich sage, es wurde langsam Zeit und dass dieses Verfahren und diese Rechtsfrage endlich einen Abschluss findet. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.